Ich dachte dir gefällt mein Ton nicht. So ein Fixer bist du. Ist der oben oder unten? Würde wahrscheinlich hier drin sein. Ich weiß dass du einfach deine Schnauze halten kannst. Oder? Warten wir. Ah hier. Du bist deswegen jetzt nicht so eine Muschel. Mit dir kann man wenigstens quatschen. Auch wenn es langweilig ist, aber mit dir kann man quatschen. Ja wir können uns ja mal... Irgendein neue Trophäe, aber es passt schon. Ah die Kusche. Was war denn hier gerade noch? Nix. Alright. Zum Altmann Aufgang wieder zum Berg. Bestimmt durch das dicke Tor. Auf geht's in dem Fahrstuhl. In dem Fahrstuhl. In dem Fahrstuhl. In dem Fahrstuhl. Verdammt. Anyways. Du musst mich Dinge leeren. Du beherzigst meine Lehren nicht. Ich habe alles getan was du wolltest und ich wollte nur die Wahrheit. Woher hast du die Feuerklingen? Wo zu verstecken? Ebay? Du sagst, Götter zu töten hat Konsequenzen. Hast du einen damit getötet? Ja, hat es. Wen hast du von Makti noch getötet? Wie viele? Hörst du mich? Ich höre dich. Und über diese Themen reden wir nicht. Bedränge mich nicht, Junge. Ist gut. Mimir, weißt du was? Ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Ich muss nichts mehr dazulernen. Ah. Gratuliere. Stirbt unser Sohn noch? Irgendwie hat er es verdient. Klingt hart, aber ist halt so. Das ist eine ganz schön lange Fahrt. Oh, ich sehe mal wieder was. Junge. Ja, ja. Oh, ich sehe mal auf mich anziehen. Oh, ich sehe mal auf dich. Ich hab's ja verletzt. Oh was? Der ist so schlimm geworden. Ich kann den Wänden hier oben zeigen frische Drachen. Den Drachen haben wir getötet. Ha? Tatsächlich? Gut. Erzählt mal. Und Downstairs. Den Einzelnen sollte man den Maul halten. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich bin da wohl dead. Okay, so jetzt gehen wir erstmal hier rein. Ich sollte hier doch mal rein bleiben, ne? Jetzt können wir hier irgendwie nochmal hochklettern. Oder er und lässt uns die Ketten runter, das geht auch. Was ist denn da dann? Die Musik hier, anders. Frag mich bitte nicht, warum ich das mache. Weiß ich selbst nicht. Lies mal. Was steht da? Da steht. Wecke ihn nicht. Was soll's? Wir haben andere in diesem Berg getötet. Wer will noch eine Kosten? Äh, jo. Ich wette eher. Voll. Wecke ihn nicht. Oh, danke. Oh, der hat mir ne übelsten Rechtenhaken gefasst. Weiß ich auch warum so viel. Hallo? Ich werde gehen mal zur Axt. Ja, ich hab's mitgekommen. Danke. Ich mach ihn nur kurz vorbei. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Ich werde es überstehen, okay, ein bisschen Heilkristall, feuer nicht einer, nein, Rage. Ich werde es überstehen, ich werde es überstehen, ich werde es überstehen. Ich werde es überstehen, ich werde es überstehen, ich werde es überstehen. Ich werde es überstehen. Ich werde es überstehen, ich werde es überstehen. das war cool ach hier unten war noch eine heilkristalle oder täusche ich mich gerade einer ist schon besser als keiner sollen die nicht wecken doch bestimmt nicht der gewesen sondern der wirkliche bosse ich erahne etwas ich erahne etwas so einmal runter alles zurück transkutieren wir dich Wollen wir hier hoch mit dem Ding? Ohne den Abstellen. Ähm. Hab ich denn grad gedrückt? Brauchst du einfach nur genug Platz? Ich blicke hier grad gar nicht durch, wo das weggekommen kann. Wie mal? Kommen wir von da oben ran. Den grad so nicht, obwohl es könnte sein. Ne, 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 ne. Ne, kann der aber eklig, aber das sollte man draußen auch schaffen. Ach wenn. Loot kann man da schon mal machen. Jetzt gibt's ein cooles. Ein gewaltiger Schlag, der eine zerstörerte Exzession auslöst. Okay. Haben auch dieses Rätsel gelöst und diesen Loot bekommen. Ah, ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht. Das war's für heute.